jo leute was geht ab ich bin samuel wieder auf meinem kanal heute mache ich ein no sweet summer auftrag von no sweet produkt rückruf und zwar bringe aufblasbare no sweet summer objekte zum platzen drei stück 15.000 xp dann würde ich sagen sehen uns gleich wenn ich in einer runde den bild gleich leute ja leute ich bin auf der karte ganz genau hier ist der erste ort das ist noch so zusammen objekte müssen wir einfach zum platzen bringen sagt zum beispiel dass hier leute oder auch den strandball am besten zerstört man das hier auf der karte ganz genau hier wir kommen direkt für den zweiten ort dann wird sagen wir uns gleich wieder leute theoretisch müsst ihr einfach mal einfach nach vorne laufen einfach geradeaus laufen zweiter ort egal zweiter versuch ja leute auf der karte also zweiter versuch auf der karte bin ich ganz genau hier hier sind dann so er auf aufblasbare bäume also ja bäume halt geht einfach mal hin macht die kaputt könnt das an drei verschiedene orte machen ich könnte es hier hier oder auch hier machen ich empfehle euch die aufblasbare bäume kaputt zu machen die zum beispiel nicht und ja natürlich hofft ist das